Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du eine PowerPoint-Präsentation in Canva erstellst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Fünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich in der Oberfläche von Canva. Was du hier genau das finden kannst und welche Designs es noch gibt, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was deine PowerPoint-Präsentation in Canva erstellen eigentlich bedeutet. Canva dient nicht nur als Grafikdesign-Erstellungsprogramm, sondern man kann ebenfalls Dokumente, Excel-Tabellen, Präsentationen und Videos und noch vieles mehr erstellen. Hier sieht es so aus, dass man in Canva genau dieselben Elemente für eine Präsentation verwenden kann, wie auch in der ganz normalen Design-Erstellung. Weiters bietet Canva, wie hier zu sehen, zahlreiche Vorlagen an, mit welchen man diese nun erstellen kann. Hat man eine Präsentation in Canva erstellt, so ist diese online verfügbar. Das heißt, man kann jederzeit darauf zugreifen. Zeitgleich kann man sie ebenfalls im Browser, also in Canva, präsentieren, also teilen. Möchte man die Präsentation, welche man in Canva erstellt hat, als PDF haben oder auch als Microsoft PowerPoint-Präsentation haben, so kann man diese im Anschluss exportieren. Hier werden alle Elemente nun an das jeweilige Format angepasst. Sprich, du kannst deine Präsentation in Canva entwerfen und diese dann im Microsoft PowerPoint weiterverwenden. Oder eben als PDF oder auch direkt in Canva zeigen. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier in die Oberfläche und klickst hier oben auf den Reiter Präsentationen. Hier kannst du nun entweder hier oben von 0 beginnen, das heißt entweder von 0 auf ohne Vorlage, entweder im 16 zu 9 Format oder im 9 zu 16 Format, sprich Hochformat, oder aus einem der zahlreichen Vorlagen wählen. Ich wähle für dieses Video eine Vorlage von hier und klicke deshalb darauf und nun öffnet sich nun hier Canva in dieser Präsentationsvorlage. Hier sieht es nun so aus, dass ich auf der linken Seite die ganz normalen Elemente von Canva habe, sprich die Elemente, die Textelemente, meine Uploads, ich kann zeichnen und alle sonstigen Apps verwenden. In der Bearbeitungsoberfläche sieht es genau gleich aus, sprich ich habe dieselbe Arbeitsoberfläche wie auch bei anderen Design-Elementen. Der wesentliche Unterschied liegt hier unten am Bildschirmrand, denn hier haben wir die einzelnen Folien sowie die Notizen, die eventuelle Dauer und auch einen Timer zur Verfügung. Das heißt, möchtest du verschiedene Folien erstellen, so kannst du hier unten auf das Plus drücken, für Seite hinzufügen und nun hier weiter an deinem Design arbeiten. Möchtest du nun anhand deiner reingeladenen Vorlage weitere Folien einfügen, so klickst du hier oben wieder auf Design und du kommst nun zurück in die Vorlage, welche du reingeladen hast. Klickst du nun hier auf das Plus, so werden alle Elemente dieser Vorlage reingeladen und du kannst diese bearbeiten. Möchtest du einer Folie nun Notizen für dich hinzufügen, so klickst du hier unten auf den Moderator Notizen und nun siehst du hier in der linken Übersicht deine Notizen für diese Folie. Das heißt, füge hier deine Präsentationsdaten ein mit den jeweiligen Seiten und Layouts und auch deinen Notizen. Im nächsten Schritt kannst du hier auf Dauer klicken und nun siehst du hier die eventuellen Sekunden deiner Präsentation. Das heißt, im anschließenden Präsentieren hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst für eine Folie immer die gleiche Zeit ein oder du machst es per Mausklick. Möchtest du eine Zeit eingeben, so klickst du hier auf deine Folie und siehst hier oben die Anzeige Dauer. Ebenfalls kannst du deine Präsentation im Nachgang als Video erstellen. Wie du das machst, gleich. Möchtest du das Ganze via Mausklick machen, so hakst du hier die Dauer wieder ab. Hast du nun deine Präsentation fertig erstellt, also mit allen Elementen, welche du hier zur Verfügung hast und möchtest diese nun teilen, hast du eben, wie vorhin erwähnt, vier verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir an mit der ersten, und zwar der Präsentation im Browser. Um das zu tun, gehst du hier oben rechts auf den Reiter Zeigen. Klickst du nun darauf, so kannst du hier auswählen, auf dem gesamten Bildschirm zeigen, die vortragenden Ansicht, zeigen und aufnehmen oder, wie vorhin erwähnt, das Autoplay. Klickst du nun hier auf gesamten Bildschirm zeigen und bestätigst das Ganze noch einmal mit zeigen, so wird nun deine Canva-Präsentation hier im vollen Bildschirm gezeigt und du kannst dich durchklicken. Drückst du nun hier auf Escape, so wird das Ganze wieder geschlossen. Möchtest du das Ganze nun mit einer vortragenden Ansicht haben, so klickst du hier darauf und drückst auf Zeigen. Nun hast du hier die PowerPoint-Präsentation in einem extra Fenster offen, welche du präsentieren kannst und im Hintergrund ein zweites Fenster offen mit der Präsentator-Ansicht. Das heißt, du hast hier, wie auch im Microsoft PowerPoint, deine nächste Folie und hier rechts deine Notizen. Hier links oben siehst du deine Zeit, wie lange du bereits präsentierst. Möchtest du das Ganze wieder schließen, drückst du ganz normal auf Escape. Möchtest du nun deine Präsentation in ein anderes Format bringen, also PDF oder auch Microsoft PowerPoint-Präsentation oder eben Video, so kannst du hier oben rechts auf Teilen klicken und nun hier auf Download. Klickst du nun darauf, so hast du hier unter Dateityp verschiedene Möglichkeiten, entweder als PDF, den PDF für den Druck, hier als Microsoft PowerPoint-Präsentation oder auch als Video. Möchtest du einzelne Folien als Bilddatei haben, kannst du auch hier JPG oder PNG auswählen. Das heißt, klickst du darauf, so kannst du entweder alle Seiten als Bild speichern oder nur eine davon, welche du markiert hast. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass du in Canva eine tolle Präsentation machen kannst, denn du hast viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für deine Präsentation. Möchtest du deine Präsentation anderweitig exportieren, wie beispielsweise als PDF, Bild, Video oder auch Microsoft PowerPoint-Präsentation, kannst du das ebenfalls in Canva im letzten Schritt unter Teilen machen. Möchtest du nun deine Präsentation im Browser präsentieren, kannst du das ebenfalls mit Canva tun, indem du hier auf Zeigen klickst. Ein großer Vorteil einer Canva-Präsentation ist ebenfalls, dass du von jedem Endgerät darauf zugreifen kannst, sprich, es ist im Internet und nicht lokal auf einem Rechner. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits. Und zwar möchtest du dein Canva-Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den Canva-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Canva. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Canva-Einsteigerkurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias. Bis zum nächsten Mal.